Musik Moin ihr Lieben, ich musste diesen Einsatz komplett abbrechen, wie ihr seht, weil das hatte gar keinen Sinn. Weil irgendwie hat die Figur den Wagen nicht erkannt oder der Wagen die Figur nicht, eins von beiden. Keine Ahnung, ich musste den Einsatz jetzt mal hier komplett abbrechen. So. Hat ja keinen Sinn, ne? Oh Mann, ey, verrückte Welt, sag ich doch immer wieder. Und wie ist bei euch? Hoffe ich alles gut, ne? Prima. Ja, jetzt haben wir ja Weihnachten vorbei, 27.12. heißt, es gibt heute auch wieder was zu essen, was zu trinken. In den Einkaufsläden. He, he, he. Und dann wollen wir doch einfach mal schauen, wie das so alles jetzt hier noch klappt. Mal schauen. Ach, das soll doch nochmal klappen. So, jetzt gehen wir mal gucken. Warum stelle ich eigentlich hier unten rum? Hey, du Nusel. Oh, bist du einsam? Ja, bist du ganz einsam? Armes Tuk, 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 Tuk. Oh, das sieht aus. Meldealarm Cut 1. Dann nehmen wir mal Drehleiter, ne? Fahren wir mal mit der Drehleiter. 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 Aha. Achtung. Brandschutz. Brandmeldeanlage. Einsatz für. ELW. ELW. LF 24. DLK 2312. TLF 1. RTB 1. Ah, sieht schon gut aus. Ich hab mal einen Schlauch immer noch draußen. Ha, ha, ha. Brandmeldeanlage. Was schön, wenn man seinen Schlauch noch draußen hat, ne? Was schön, wenn man seinen Schlauch noch draußen hat, ne? Katze. Perfect. Yo. Und wir sind auf der 4. Auf der 4, auf der 4, auf der 4, 4, 4, 4. Ja, ich warte auf die anderen Fahrzeuge. Sieht gut aus. Warte auf andere Anweisungen. Machen wir. Wir warten auf weitere Anweisungen. Ja. Wir werden an einem Sohn. Höre. Mann, bell an, bell an. Verstanden. Mann, negativ. suppeh сingi. Das Sind erfahren. Ja, alles Five. Heighting viv弹, Fehler bis er mal gut. Abrücken. Na Gott. So, das war Plattdeutsch. Der Havix sagt, ich habe gesagt, alle Klamotten zusammenräumen und weg. So. Ich soll ja in den Let's Plays kein Plattdeutsch sprechen, weil sonst versteht die mich ja nicht. Oder vielleicht ein Teil von euch. Na los. So, dann gehen wir mal wieder auf 1. Wunderbar. Oh, wehe. Ich trinke mir jetzt einen Schluck und wehe. Ich habe wieder die Cola im Gesicht wegen dir, du. Ah, die Kurve ist ganz sanft genommen. Das finde ich ja mal klasse. Super. Ich bin begeistert. Wenn wir so weiterfahren, ne? Dann bin ich wieder zufrieden. Hä? Ampelrot? Ja. Die Ampel ist sowas von rot. Warte mal. Dann können wir gleich mal eben gucken, ob alle da sind. RTW und TLF ist auch da. Und das TLF ist ja vorgefahren. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Oh. Geh. Mal was sehen. Gefehlt hast du. Gefehlt? Ne, gefailt. So. Und? Ich habe einen Bums gebaut. Oh ja. Toll. Habe ich gepennt. Ich gebe es dazu. Ah, da ist das TLF. Hast du gesehen? Das war in der KI-Schleife. Aber sowas von. Nun los. Wir essen heute noch. Es gibt gleich Mittagessen. Guck mal, vor Uhr ist schon gleich 12 Uhr. Das Mittagessen ist schon am Brutzeln auf der Wache. Harry Knitters. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ich hoffe, das Meeressen ist gleich fertig. Hab Hunger. Fugdisziplin! 1.33.1, Latsche-Limmelheim. 1.33.1, hört. Frage, Standort? Ja, Feuerwache. Ja, verstanden. Oder den Büromelden, dann anschließend abholen. Okay. Oh, oh. He, he, he. Ma, na, na. Na, 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 na. Au! Nein, 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 nein. Weil, äh... Ich soll mir den Anschließend abholen und er, er dockt mich von hinten, ne? Ich weiß zwar, dass ich meinen Schlauch draußen hab, Das heißt aber noch nicht, dass du von hinten kommen kannst. Du Ommel. Eie, eie, eie. Fährt er mir in eine Karre? Aber sowas von. So eine scheiß Drehleiter ist teurer, Mann. Das ist eine Metzleiter. Nein, ich weiß, da steht nicht Metz drauf, aber die Genehmigung haben die Ersteller, glaube ich, nicht. Ist doch egal. So. Sind wir auch für zwei? Jo, wunderbar. 8.50 Uhr, Arbeitszeit, sieben Minuten. Ich bin begeistert. Ja. Baba. Geh mir aus der Sonne. Ja. 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 Kaffee? Nö. So, ihr Lieben. Wir machen heute die Sendung etwas kürzer. Äh, weil wir haben ja auch teilweise Sendungen überzogen. Und bevor unser nächster Einsatz kommt, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder komplett und munter und so. Und ich wünsche euch, ich hoffe, ihr habt dann noch Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wenn nicht, lasst euch einfach nicht ärgern, ne? Wir hören uns. Tschüss. Bis morgen. Bye, bye.